OOOOH! NOOOOOO! Alter, die haben mich gangbangmäßig auseinandergenommen, ich hatte gar keine Chance. Was geht ab, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Overwatch, einer weiteren fetten Folge Overwatch. Und, ähm. Okay. Alles klar, die nehmen schon ein. Ohne Ende nehmen die mir hier die Scheiße ein. Was geht ab? Die haben mich Gangbang mäßig auseinander genommen, ich hatte gar keine Chance, ich hatte gar keine Chance, ich wollte mal wieder ein bisschen den Soldier zocken, aber ich werde direkt vernichtet, na gut Leute, egal, auf jeden Fall an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für euer Feedback auf die letzte Folge, ich habe ja gesagt, wenn ihr weiterhin Overwatch sehen wollt auf dem Kanal, dann solltet ihr die Scheiße hier unterstützen und ja, ihr habt es gemacht, Vorletzte Folge, halb so viele Likes wie letztes Mal, also man muss es anscheinend erwähnen, man muss es extra erwähnen, damit ihr da, oder damit ein Großteil das auch macht, denn Leute, viele denken anscheinend oder wissen nicht, dass Feedback, er ist an mir vorbeigelatscht, dass Feedback wichtig ist, ja Feedback ist wirklich wichtig, damit man einfach, Alter, die ficken uns ja richtig Hardcore mäßig, alles gelevelt 74, 92, ich habe Level 8 drin, alles klar, sehr fair ausbalanciert, danke dafür Blizzard, geil, auf jeden Fall sehr fair, nicht, Ja, Feedback ist wichtig Leute, Feedback ist wichtig, einfach damit man weiß, ihr habt da Bock drauf, ihr habt Spaß daran, ihr wollt mehr sehen, gerade bei so Projekten wie Overwatch, die absolut nicht die Klicks einfahren, wo ich sage, alles klar, scheiß auf alles, Nein, absolut nicht, die letzten 10 Folgen sind einzig und allein für euch, oder denkt jemand, ich bezahle mir damit den nächsten Porsche in meiner Garage, nein, leider nicht, leider nicht, Ja, ihr könnt das dazu machen, ja, also, wenn ihr Bock habt, ne, Spaß beiseite, aber, ja, allgemein, Feedback ist wichtig, und allgemein finde ich persönlich, Feedback sollte auch selbstverständlich sein, einfach, Sehen viele immer noch nicht so, warum auch immer, ähm, aber, ja, Alles klar, Ficken und so, krass einfach nur, das ist so unfair, finde ich persönlich, Also, ich glaube, das komplette Team ist höher gerankt, als wir alle sammeln, obwohl die haben auch einen Level 6er drin, aber der mich gerade richtig ordentlich auseinander befisst hat, Schlechter hätte man es nicht einsetzen können, Gratulation an dich, Marcel, sehr schlecht gemacht, geiler Typ, geiler Typ, alles klar, neben Junkrat wieder, Ich will auch nicht jedes, jede Folge die gleiche Figur zocken, aber ich bin mit Junkrat einfach besser, als mit jeder anderen Figur, Mal gucken, ob es klappt, ob da tatsächlich jemand reinlatscht, Ja, also, wenn ihr weiterhin, äh, Overwatch sehen wollt, dann, äh, Sollte die Folge auf jeden Fall auch noch mal locker flottschen, tausend knacken, Ist drinnen, Das weiß ich einfach, Oh, fuck, Da ist tatsächlich jemand reingelatscht, Wer hätte das gedacht, Hammer, gell, Na, ich höre doch schon wieder jemanden hier, Weg, 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 Nein, Nein, Du Affengesicht, Meine Falle liegt ja immer noch, geil, 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 Lauf da jemand bitte mal rein, Tatsächlich? Wie kann da jemand reinlatschen? Das liegt doch so offensichtlich, nenne ich, immer die ganze Zeit. Na komm schon. Komm schon, komm schon, alter. Und weg mit dir. Das ist jetzt die Frage, alter. Soll ich meinen Ulti jetzt einsetzen, aber wohin soll ich fahren? Was macht da für übelste Chinese Action? Okay, alles gleich, ich habe 8 Kills. Ich bin so schlecht. Ich finde die Runde so ekelhaft schlecht. Ist ja extrem peinlich hier gerade. Ah Gott, okay. Falscher Knopf. Egal, ich habe mich trotzdem erwischt. Puh, ich brauche Lebensenergie. Sauber. Wo kommt der lang? Links? Na, frisst das, Junge. Miese Mistratten-Sau. Arschloch-Penis-Gesicht. Komm schon. Boom. Jawoll. 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 Ich habe 12 Kills. Sieht schon besser aus. Ich habe 13 Kills. Ich habe 13 Kills. Sieht noch besser aus. 14 Kills. Ah, die war jetzt nicht so geil gesetzt. Ne, 13 immer noch. Schau dich das mal an. Nein. Scheiße, in dem Moment, Alter. Doch meine Falle ist ausgelöst Ah scheiße zu spät Nein 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 nicht auf den letzten 3 Sekunden jetzt Mach keine Scheiße jetzt bitte ok Alles klar dankeschön Hinter uns Scheiße Ginger Panda 87 Alter krasser Scheiße Nicht auf die letzten 11 Sekunden Jungs Bitte nicht jetzt Ok wir haben es geschafft Ne wir haben es nicht geschafft Auf die letzten 10 Sekunden Alter Drecksspiel Match verlassen Ok Leute so ich würde sagen zum Abschluss der Folge öffnen wir noch mal meine neue Lootbox wenn es mal laden würde hallo so jetzt mal checken Was da drinne ist alles ganz nur Scheiße Tatsächlich nur Scheiße Totgesagte Himmel Naja alles klar Spieler Icon Naja Wen ist das hier Torpion Ok ich glaube mit Torpion habe ich noch gar nichts Naja gut Ich war jetzt nicht unbedingt meine allerbeste Kiste die ich hier hatte Naja egal Leute Auf jeden Fall danke ich fürs Zusehen wie gesagt wenn ihr mehr sehen wollt Ach du Scheiße sich ja jetzt erst Hydrant hat Augen Alter ist es ein Roboter Nice Alter Ähm Ja wenn ihr eine weitere Folge von Overwatch sehen wollt dann haut auf jeden Fall nochmal richtig die Bewertung raus Und ansonsten checkt gerne meine Social Media Seiten haben alles in der Videobeschreibung verlinkt mein Shop genauso Irgendwann haut rein und dann fürs Zusehen Tschüss